Das war's für heute. Moin! Das ist keine Meldung! Ich zeig euch jetzt den Olympus! So, und jetzt erkläre ich euch das, wie das funktioniert, und zwar kommt der hintere Fuß hinten auf den Tail, und zwar nicht irgendwie links, rechts oder irgendwo, sondern er kommt halt genau hier in die Mitte, also am besten Fußspitze, also hier den Fußballen, hier genau auf die Ecke setzen, damit man da wirklich genug Druck auf den Tail aussieben kann, damit das Brett mit so viel Schwung wie möglich nach oben kommt, das heißt, wenn das Brett nach oben schlägt, der vordere Fuß steht hier ungefähr so in der Mitte, und genau wo das Brett hochkommt, hat der vordere Fuß die Funktion, dass er quasi einknickt und das Brett nach oben zieht, und dadurch kommt quasi die Bewegung, dass man hinten drauf drückt, das Brett kommt nach oben geflogen, man knickt den vorderen Fuß und zieht das Brett nach oben, weil man dann oben drückt man wieder ein Stück weiter nach vorne, man macht das Brett gerade und man fliegt wieder dann runter, ja, also funktioniert es halt, man muss halt echt ein bisschen geduldig sein am Anfang, weil, also ich habe auch persönlich ein bisschen länger gebraucht, um das zu können, da steht man schon ein paar Tage dran und übt und übt und nicht wirklich was passiert bei manchen, es gibt auch welche, die lernen schneller, also es ist immer ein bisschen unterschiedlich, deswegen einfach geduldig sein und dran bleiben, ne?